so leute da sind wir beim nächsten decktag dieses mal etwas etwas neues ihr seht es schon in der beschreibung ich wusste nicht wie ich es beschreiben sollte deswegen habe ich es mal smog stumpy genannt weil es kein turbo smog ist ja ein deck was aktuell aufkommt sondern das ist eher eine stumpy variante davon und dementsprechend gucken wir uns das mal an was ich anders mache und warum ich dinge anders mache so als allererstes würde ich sagen gucken wir uns die länder an wie immer ich habe eine eine auswahl aus fünf fett schländer getroffen ich erkläre euch ganz kurz warum ich habe dreimal worden katakombs einmal bladstein meyer und einmal wurde der grund ist ich weiß nicht wo mein viertes verdant ist sonst würde ich das vierte verdant gegen den foto austauschen weil die sind ziemlich wichtig und dann eben noch einen schwarz search weil wir doch sehr schwarz lastig sind das zumindest das was mir aufgefallen ist was ganz gut funktioniert an fett schländern dann spielen wir zwei basics spielen einmal den forest den wunderschönen schwarzwald forest wer es noch nicht weiß das ist das ist meine heimat da bin ich als kind rumgesprungen drauf die trieberge und dann hier haben wir einmal von kev walker noch mal lake district national park uk also irgendwas aus großbritannien ich sehe gerade hier ist direkt drin ja irgendwas aus großbritannien uk kenne ich mich nicht mit aus dann spiele ich drei bios ich fand das vierte zu viel ehrlich gesagt und bin deshalb lieber noch ein fetchland mit eingegangen bin dann auf fünf fetchländer vorher hatte ich vier fetchländer und insgesamt sechs länder so bin ich jetzt auf fünf länder runter mit fünf fetches da komme ich ganz gut klar mit zusätzlich dazu spiele ich zwei uhrbox uhrbox einfach nur damit unsere karten schwarz machen wir sind sehr schwarz lastig wir brauchen grün so ein bisschen gerade auch im sideboard aber unsere mainfarbe ist halt eigentlich schwarz dann kommen wir zu cavern of souls cavern of souls auch zwei stück in diesem deck aus einem ähnlichen grund wie es auch in dem usa stompy ist wir haben nur humans im deck ich weiß nicht ob es im sideboard habe ich nicht darauf geachtet ich glaube da haben wir auch andere kreaturen typen im deck aber im main deck haben wir nur humans und damit können wir die eben unkonterbar machen was sehr sehr angenehm ist so dann stompy list habe ich schon erwähnt wir spielen stompy bedeutet wir spielen die bekannten engine tombs vier stück ja tappen für zwei mana für zwei schaden kennt man und eben zwei city of traitors dabei geht es einfach nur darum dass wir relativ schnell mana pumpen können weil wir in prison pieces aufbauen wollen und dann eben schauen wollen dass wir da irgendwie durch kombo und wer unser gegner nichts machen kann so wenn wir schon von prison pieces reden gucken wir uns die doch direkt mal an wir haben dreimal die karte trini sphäre das könnte auch eine defense grid sein weil wir spielen auch dreimal defense grid und alles was diese karten sagen ich kann mal gucken ob ich die krieg die nebenan oh nice skill alles was diese karten sagen ist don't touch my combo dude was wir mit versuchen ist wir versuchen mit defense grid den gegner von counter spells abzuschneiden während wir mit trini sphäre versuchen eben unsere karten zu beschützen vor sowas wie swords to blow shares oder anderem remove und natürlich auch gegen counter spells aber das ist der grund warum ich drei training sphären spiele und drei defense grids es gibt auch die möglichkeit wie gesagt vier defense grids zwei training sphären zu spielen aber ich bin mit diesen drei drei split aktuell sehr gut gefahren genau training sphäre lässt alles drei mana kosten defense grids sagt beim gegner zug kostet jeder spell den wir in einem anderen zug machen außer unseren eigenen kostet drei mana mehr und das zählt auch für den gegner so habe ich es richtig umschrieben dann wie immer viermal chalice of the void chalice of the void ja so die karte gegen brainstorm ponder und andere sachen wir legen eine marke drauf und kontern praktisch alles was ein mana kostet gleichzeitig ist unser deck auch sehr schwach gegen chalice of the void also chalice of the void auf zwei führt oftmals dazu dass wir ganz schnell das sideboard brauchen dann haben wir dreimal lotus petal in diesem fall einfach nur wieder zum mana rampen damit wir gucken können dass wir eben ein mana mehr schnell bekommen damit wir auf die drei mana kommen für die training sphäre hiermit oder für andere combo pieces plus ist es ein farbiges mana was wir ganz gut gebrauchen können genau dasselbe haben wir auch mit chromox vier chromox mit imprint macht danach ein mana beliebiger farbe von der karte die wir imprintet haben auch hier wir dürfen die artefakte zwar nicht imprinten aber wir dürfen unsere spells imprinten unsere kreaturen relativ viel und das ist so gut dass wir eben damit fast mana machen können weil es gibt keinen sie haben in spirit guide in schwarz noch nicht ich weiß nicht was die spoiler of modern ryzen 2 noch alles bringen aber aktuell gibt es das noch nicht unser letztes artefakt ist kein prison piece sondern ein witchclaw talisman ein zweimal artefakt was mit drei marken ins spiel kommt für einmal ertappen können wir den wish counter runternehmen dürfen unser deck nach irgendeiner karte versuchen die auf die hand nehmen danach unser deck mischen da steht sogar noch shuffle your library ich werde es vermissen und danach bekommt ein gegner die kontrolle über den witchclaw talisman das können wir nur in unserem zug aktivieren interessanterweise nicht wie eine sorcery sondern aber wirklich nur in unserem zug das heißt wir können end of turn das noch machen und oder in einem angriff das machen oder ähnliches und können damit auch auf dinge reagieren was was wirklich wirklich cool ist ich mag den witchclaw talisman auch als tutor einfach damit man es rausholen kann und es gibt eine kombination damit manche leute spielen mit lion's eye diamond damit man die karte direkt spielen kann das finde ich langweilig das ist diese turbo version ich habe aktuell drin einen opposition agent opposition agent 3032 flash wenn der gegner das deck durchsuchen würde dann durchsuchen wir das deck und exilen die karte und können sie spielen es ist ganz witzig wenn man wirklich dem gegner den witchclaw talisman gibt und sagt so mach halt und er sucht und darauf flasht man dann eben bei dem ersten search den opposition agent rein das heißt man darf beim gegner was suchen in seinem deck und in seinem eigenen zug dann die dritten witch counter benutzen das ist so mächtig und so cool es macht so viel spaß ich verstehe nicht warum man das nicht tun sollte diese karte kann auch eine andere karte noch mal ersetzen in diesem deck oder man spielt eben zwei hiervon das ist so ein bisschen geschmackssache ich habe aktuell eins eins drin damit ich euch beide zeigen kann ich habe beide schon getestet das macht beides wunder viel spaß aber ich weiß nicht welche ich besser finde könnt ihr mir mal schreiben wenn ihr das deck mal getestet habt oder ihr gewisse decks schon kennt welche ihr besser findet vielleicht auch theoretisch die nächste kreatur ich verweise hier noch mal drauf wir spielen nur humans zumindest im mainboard dark confident ja ich besitze dark confidence lange lange zeit lang habe ich mich dagegen gewehrt weil sie auch viel zu teuer waren und aktuell habe ich die jetzt geschossen für 16 euro oder so deswegen habe ich mir das playset der maier zugegönnt zwei mana 2 1 zu beginn der saison zu meinem deck mit der überste karte unserer stacks auf kriegen schadenhöhe der mana kosten das ist meistens so null bis drei und danach nehmen wir die karte an die hand was halt super mächtig ist damit ziehen wir eben zwei karten diese karte ist der absolute mvp dieses decks und dementsprechend ja nicht zu verachten wir brauchen eben irgendwie den card draw dann kommen wir zu der kreatur die ich gerade eben gesagt habe ja die kann auch der position agent sein und zwar siege moore witch wie gesagt ich spiele eine 1 1 split man kann 1 2 0 split spielen und zwar in jede richtung man kann entweder mehr von diesen hier spielen oder mehr von den siege moore switch das ist so ein bisschen eigener taste was einem besser gefällt sie ist halt aus strixhaven drei mana 3 2 mit menace wenn sie ziel von zauberter fähigkeiten wird muss der etna drei leben bezahlen sonst wird das ding einfach gekontert von der fähigkeit das ist schon sehr mächtig und sie hat magecraft immer wenn wir einen zauber spielen oder kopieren also incident oder sorcery dann kriegen wir einen pest token diese pest token sind ultra niedlich und grinsen die ganze zeit und die pest token haben wenn sie sterben kriegen wir ein leben das ist aber irrelevant wir wollen einfach nur einen schwarzen token generator und die zweite karte magecraft die wir spielen die auch aus strixhaven ist ist eine ankommen und zwar with a bloom apprentice sommer 2 2 immer wenn wir zauber casten oder kopieren also incident or sorcery verliert jeder gegner ein leben und wir kriegen ein leben das ist halt so ein bisschen der kern unseres decks wir versuchen so ein bisschen mit diesen beiden karten zu kombonen während wir damit ein bisschen karten ziehen den gegner ein bisschen behindern das ist so die idee und das ist auch der grund warum wir grün in diesem deck spielen bisher der einzige grund da kommt noch ein bisschen was aber ja denn mit diesen kreaturen kann man die combo spielen die aktuell gefühlt in aller munde ist die wir auch schon im podcast radio rafnika super oft besprochen haben und deshalb chain of smog zwei mana sorcery ein spieler unserer wahl wirft zwei karten ab dieser spieler darf diesen zauber kopieren wenn er möchte und auf einen neuen target legen jetzt ist der fall dass wir uns damit auch selber zu wählen können das bedeutet wir haben eine kreatur auf dem feld wir haben eine trainingssphäre auf dem feld und der gegner hat kein mana dafür bedeutet wir spielen chain of smog taggen uns selber kopieren diesen zauber 20 mal airtrigger 20 mal weil jedes mal eine kopie drauf kommt und ja den hat verloren wir haben gewonnen so einfach kann das gehen das ist die ganze strategie dieses decks die erste strategie natürlich gibt es auch die zweite strategie mit beatdown und hier ein paar von den eins eins anmachen und ja das geht auch wir sind immerhin im legacy und im legacy geht beatdown immer klar aber das ist so die idee zusätzlich dazu haben wir noch ein paar andere spells im deck um das ganze zu verwirklichen wir spielen vier dark ritual ja wir spielen dark ritual in einem chalice of the void deck das liegt daran dass wenn wir in der ersten runde spielen können er eben drei mana ist für in der ersten runde mit lotus battle zum beispiel apprentice smog wenn du zum beispiel wissen spiel gegen daten texas die können nichts dagegen tun darkrit apprentice smog haben wir gewonnen ähnliches prinzip haben wir mit den anderen sachen und es kann eben auch das darkrit über einen sumpf spielen oder eben fetch of basic machen gegen mono red prison decks können dann eine trainingssphäre resolven und können damit einfach dann spaß haben das funktioniert schon ganz gut und im allerschlimmsten fall spielen wir einfach in die chalice und bekommen dafür einen magecraft trigger und die letzte karte die ich spiele sind drei once upon a time noch mal ein grüner zauber ja den man selten für grünes mana spielt ja once upon a time zwei mana wenn es der erste spell ist den wir in dem ganzen game spielen dürfen wir ihn ohne die mana kosten zu spielen benutzen und ja wir gucken uns fünf karten an nehmen eine kreaturenkarte oder landkarte davon nehmen sie auf die hand wir haben eine menge artefakte drin so ist es nicht allerdings haben und eine menge zauber also so ein paar allerdings haben wir eben auch kreaturen und länder und das fixt uns das mana und das mana ist halt besonders wichtig in so einem deck ja mainboard ziemlich straight ziemlich schnell erklärt gucken wir uns mal das zeitboard an was genauso straight erklärt ist ihr seht schon in der timeline es ist ein sehr kurzes deck deck und ja so unsere erste zeitboard karte ist ley line of the void davon spielen wir vier stück können wir eben ein spiel bringen wenn sie auf unserer starthand ist und gegnerische karten im friedhof werden exil statt in friedhof zu gehen der vorteil an diesem deck ist wir können die auch einfach mal turn 2 hard casten wenn wir sie in der ersten runde nachziehen das tut man meistens mit diesem teil und dementsprechend ist das schon sehr coole karte muss ich sagen und ich bin auch immer wieder glücklich wenn ich sie spielen kann unsere grave chart hate karte und gleichzeitig auch etwas wo wir mit den wenigsten leute rechnen und zwar spielen wir auch einen helm of obedience der eben zu einer win condition werden kann die können wir auch den können wir auch mit zum beispiel dem amulett der witch witchclaw talisman können wir den auch suchen spielen benutzen das funktioniert und der sagt x mana tappen und ein gegner legt so lange karten von seinem deck in sein friedhof bis er entweder x karten weggelegt hat oder eine kreatur wenn wir eine ley line of the void draußen liegen haben kommen niemals karten in friedhof und der helm tötet den gegner das bedeutet wir haben hier auch wenn der gegner anfängt und sich gegen unsere spellslinger kombo irgendwas zu überlegen haben wir hier noch eine second win option so dann haben wir zwei libraries library ist einfach eine super karte gegen control decks und ähnliches wenn wir die ganze zeit karten ziehen können bzw weniger schlechte karten ziehen ist das schon ganz gut und wir können eben vier leben bezahlen mit zusatz karte zu ziehen was saustark ist und das können wir auch uns auch oft erlauben dementsprechend haben wir hier zwei libraries dann die nächste karte die ebenfalls super stark gegen control ist auch als one of four drin einfach nur als alternative win condition die bitter blossom für den beatdown plan zwei meiner tribal enchantment die sagt zu beginn des verlangsmans verlieren wir leben und kriegen den 1 1 rogue wenn wir den in die ersten und raus knallen hat er geht dann im normalfall so vier fünf runden zeit bevor er stirbt und das ist super mächtig und kann den gegner richtig hart unter druck setzen gerade wenn es ein kontrollspieler ist dementsprechend hier auch sehr wichtig gegen control ihr merkt schon ich rüste mich mehr gegen control wie gegen aggro was daran liegt dass wir gegen aggro meistens unsere kombo einfach relativ schnell finden können und einfach durchziehen können und dass uns die gegner stören hingegen halt gegen kontrolle mit counter spells das ist fies deswegen spielen wir auch ein veil of summer beziehungsweise zwei veil of summer und veil of summer hat mich tatsächlich auch schon in einem stompy mirror match gerettet weil mein gegner seinen chalice auf zwei gelegt hat nicht damit gerechnet hat dass ich veil of summer eingebordet habe weil es war ein usa stompy und ich wollte vor dem ravens form beschützen und von dem force natürlich und tatsächlich war es so dass medina die chalice auf zwei gelegt hat und ich diesen spell spielen konnte und danach waren meine spells unkonterbar und dadurch konnte ich durch die chalice spielen einfach meine kombos spielen einfach gewinnen damit hat er nicht gerechnet das war super stark es hat mega viel spaß gemacht bail of summer sehr sehr coole karte aber wir brauchen natürlich mehr gegen die chalice dementsprechend spielen wir eben abrupt decay drei stück premium removal zwei mana wird zerstören was mit meiner kosten drei oder weniger und kann nicht kontert werden mega mächtig mega mächtig und es ist eben als allzweck removal gerade im legacy sehr sehr cool ihr seht schon im sideboard ist wesentlich mehr grün drin beziehungsweise wir haben auch im sideboard irgendwie fünf grüne karten stack ist main schwarz dann haben wir zwei pleco engineers als finale karten für sideboard 3 mana 2 2 gut gegen kreaturen typen weil wir sagen kreatur typen an und alle kreaturen mit diesem kreaturen typen die da jeder kontrolliert kriegen das 1-1 sehr sehr cool sehr sehr stark auch hier alleine gegen sowas wie goblins gegen das in texas oder andere sachen gegen leute die versuchen uns relativ schnell mit kreaturen zu überrennen können wir den eben auch turn 1 rauslegen und es ist einfach eine zusätzliche kreatur die wir spielen können auch das ist in manchen matchups ziemlich ziemlich wichtig grundsätzlich macht das sideboard viel gegen kontrolle viel gegen mentor viele mirror weil ja diese combo wird andauernd mittlerweile gespielt ja und ansonsten es ist es ist ein sehr versiles sideboard obwohl es sehr viel mit 4 4 3 3 2 2 hat aber es ist ein sehr gutes sideboard das hat mir bisher relativ wenig es hat mich bisher nicht im stich gelassen und ich stehe sehr sehr gut mit dieser version des decks dementsprechend kann ich euch nur empfehlen die mal auszuprobieren sie macht auf jeden fall eine menge spaß auch wenn man sehr viel rudern muss aber zum deck talk kommen wir jetzt so kurz zum deck talk warum gefällt mir dieses deck so gut mir gefällt dieses deck extrem gut weil es eben eine stompy liste ist die eben sich nicht nur darauf verlässt irgendwie turbo diese kombo raus zu hauen mann nummern diese kombo raus zu hauen und einfach nur zu versuchen damit die fans grid das zu protecten um zu gewinnen nein man kann auch wirklich mit trini sphäre mit defense grid und chance of the world wesentlich mehr verteidigung aufbauen diese kombo baut sich auch aktuell in andere back decks rein und auch diese kombo wird hin und wieder mal in mono black und auch back und grün schwarz decks gespielt so ich habe das jetzt sogar schon im delver gesehen was ich sehr sehr witzig finde einfach zusätzliche win condition es ist halt sehr einfach assembled gerade wenn beide spieler keine handkarten haben wir haben in diesem dieser liste kein diskart was super irrelevant ist weil wir eben die stompy liste spielen die turbo smog listen die es eben gibt die spielen auch mit diskart und versuchen dann halt wie gesagt das schnell hinzubekommen dieses deck versucht eher diesen stompy plan zu fahren deshalb ist auch hier der bob ziemlich cool der halt wirklich karten zieht und uns einfach im spiel hält wichtig was ich auch getestet habe ist ihr könnt auch einfach mit zwei sümpfen spielen und ein bio katten die anderen zwei bios würde ich nicht katten vielleicht eins aber das habe ich noch nicht getestet aber ihr könnt auch mit zwei sümpfen und einem forest spielen das ist weniger ein problem meine lieblingsinteraktion in diesem deck ist ganz einfach opposition agent und witchclaw talisman das ist super witzig und macht mega viel spaß weil man sich auch mit dem ersten mal raussuchen direkt den opposition agent suchen kann go sagen kann der geht und dann denkt sich okay er hat sich in den combo piece gehabt dann mache ich lieber schnell den witchclaw wir beschwören den darüber und alles ist wunderschön es macht alles so viel spaß die siege more witch kann eben auch noch mal diesen slot einnehmen wenn man zum beispiel hingeht und einfach nur ein bisschen mehr konstanz in die 1 1er reinbringen möchte als switch win condition weil oftmals liegt es nicht daran dass wir die chain of smog nicht haben sondern es liegt an den kreaturen dass wir die nicht finden die kann man damit eben die konstanz erhöhen indem man sie auf zwei oder vielleicht sogar auf drei hochpumpt um sie zu spielen genauso könnte man eben hier mit der turbo variante mit alliance i diamond spielen wenn man dann wirklich sagen könnte man aktiviert das knackt alliance i diamond sucht sich die karte raus die man braucht und hat eben das mana um sie direkt zu spielen wie gesagt diese version versucht das nicht und diese version ist meiner meinung nach stabiler aber für wichtiger strixhaven hat einfluss auf legacy und das sind ziemlich großen und das auch in anderen sachen und das ist nicht nur diese kombo die gespielt wird es werden auch ganz viele andere karten gespielt deshalb haltet die augen offen nach den strixhaven karten das empfehle ich euch und ja ihr könnt mal wenn ihr noch vorschläge habt kommentare habt fragen habt oder ähnliches schreibt ihr einfach in die kommentare ihr kennt das prozedere ja und natürlich wie immer wenn euch das video gefallen hat könnt ihr gerne den daumen nach oben da lassen wenn ihr mich noch nicht kennt ihr könnt euch gerne auf meinem channel weiter umgucken und wenn euch gefällt was ihr seht könnt ihr den channel natürlich gerne abonnieren und ich würde sagen wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dahin neuerblexet ciao ciao